Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es den Ersteindruck zu der Aeon Edition 4 Lounge. Sollte euch das Video gefallen, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Jetzt viel Spaß beim Ersteindruck. So, da sind wir wieder mit dem Ersteindruck zu der Aeon Edition 4 Lounge. Ich habe mir die Pfeife letztens bei den Jungs von der Aeon geholt. Ich konnte mir sogar noch eine Bowl aussuchen. Ich habe mich für die Blizzard Bowl entschieden. Es gibt natürlich noch ein paar andere. Um als erstes die Frage zu klären, warum ich jetzt die Lounge Edition genommen habe und nicht zum Beispiel die Basic Premium oder Premium Plus, die es natürlich auch noch gibt. Ich rauche eh meistens alleine meine Pfeife. Wenn Freunde vorbeikommen, kriegen die eine eigene Pfeife. Dass ich mit mehreren Leuten an einer Pfeife rauche, kommt bei mir relativ selten vor. Aber bis auf das Auspustsystem ist eigentlich das meiste gleich. Deswegen zählt dieser Ersteindruck für mich eigentlich auch ganz gut für die Basic, die Premium und die Premium Plus. Die Pfeife, so wie ich sie jetzt habe, kostet euch 260 Euro und ist meiner Meinung nach auch die beste, was Preis-Leistung angeht, von der Edition 4 Reihe. Weil die halt für die 260 Euro schon eine krasse Pfeife bekommt. Aber da gehen wir natürlich noch mal genauer drauf ein. Das Design der Pfeife gefällt mir ziemlich gut. Es ist auf jeden Fall sehr schön gehalten. Es ist weiterhin sehr schlicht, aber trotzdem ist es einfach perfekt in der Lounge. Also ich kann mir die Pfeife dafür wirklich sehr gut vorstellen. Sie macht auf jeden Fall was her, gerade mit dieser unheimlich schönen Blizzard Bowl. Gut, du hattest das Privileg, konntest sie dir aussuchen. Diese blauen Akzente in der Bowl, die fallen mir ziemlich gut. Die laufen einfach so wunderschön in der Bowl. Das gefällt mir ziemlich gut. Auch finde ich so, die Base gehalten ist halt, ja, wie ich schon sagte, relativ schlicht. Aber es gefällt mir halt ziemlich gut, weil es einfach gerade so modern wirkt. Also es ist eine sehr, sehr moderne Pfeife und gleichzeitig irgendwie auch noch so leicht in der Richtung von so einer Tradi vom Klang. Vom Klang auf jeden Fall. Sie hat auf jeden Fall ein krasses Blubbern am Start. Aber ich bleibe auch noch mal bei der Optik. Ich muss sagen, ich fange einfach mal von unten an und arbeite mich so ein bisschen nach oben durch. Angefangen mit der Blizzard Bowl. Wie der Bowl schon gesagt hat, ich hatte das große, große Glück. Ich konnte mir bei E.ON eine aussuchen. Und ich habe eine gefunden, die relativ viel Farbe hat. Also die Farbstriche ziehen sich ja fast bis ganz nach oben an die Base und ist einfach auch noch so schön gedreht. Ich feiere die Base einfach brutal. Ich habe es auch schon bei der Edition 3 gesagt. Die Blizzard Bowl ist für mich eine der schönsten Bowls, die es auf dem Markt gibt. Ich finde sie wirklich absolut gelungen und ist wirklich eine meiner absoluten Lieblings Bowls. Dann geht es weiter mit der Base, die bei der Lounge Edition halt super clean ist. Ihr habt einfach nur einen Einlass für den 18.8er Schliffanschluss, der übrigens verkürzt ist. Und auf der anderen Seite fallen auch von der Edition 3 Lounge die Auspustschlitze weg. Denn die sitzen ja jetzt hier oben. Wenn der Bowl mal entlüftet, seht ihr das. Das ist auch ein mega geiler Punkt bei der Edition 4 Lounge, dass die eben nach oben entlüftet und der Rauch dann noch so am Teller gebrochen wird. Ich finde das einfach unglaublich schön. Spielt für mich natürlich auch in die Optik mit rein. Und der Teller ist relativ schlicht gehalten. Ihr habt allerdings oben noch so einen kleinen Ring, so einen kleinen herausgedrückten Ring, sodass euch die Kohle theoretisch nicht so nah an den Kopf rutschen kann. Finde ich, ist ein schönes Design-Element, weil der Teller einfach nicht mega komplett schlicht ist, sondern da einfach noch so ein kleines Element mit drin ist, was aber auch noch einen Nutzen hat, was ich extrem geil finde. Ja, gerade da muss ich auf jeden Fall noch dazu sagen, ich rauche ja sehr, sehr häufig mit der Mami Bowl. Und da habt ihr einfach diese Lederumwandlung drumherum. Gerade da ist es halt immer so, je nachdem, was für einen Kohleteller man nutzt, rutscht dann teilweise auch mal die Kohle irgendwie in der Nähe von dem Lederband. Und dann bin ich da immer so ein bisschen kritisch und sage so, oh scheiße, lieber nicht zu nah in die Mitte, nicht damit, dass mir noch der Kopf irgendwie abfackelt oder ähnliches. Oder schmilzt, das wäre auch schade. Von daher finde ich das auf jeden Fall ziemlich geil, dass sie es reingebracht haben, weil es einfach schon was, ja, ausmacht. Aber ich muss trotzdem sagen, der Kohleteller ist halt relativ hitzeanfällig. Also wenn ihr die Kohle drauflegt, sollte man sie nicht zu lange drauf liegen lassen. Eher nur zum Abklopfen und nicht wirklich zum drauf hinlegen, weil sie verfärbt sich und das finde ich ein bisschen schade. Ja, das ist mir leider jetzt auch schon passiert. Ich habe mal Kohle drauf liegen lassen, weil ich mir dachte, Digger AE und Qualität, da passiert safe nichts. Aber er hat sich leider ein bisschen verfärbt. Das ist leider ein bisschen schade, aber ansonsten ist der Teller auf jeden Fall wunderschön. Ich mag es auf jeden Fall. Design auf jeden Fall. Bei mir sehr, sehr hohe Benotung. Genauer darauf eingehen werden wir natürlich, wenn dann das finale Review zu der Pfeife kommt. Ich habe sie jetzt eine Woche hier, deswegen erstmal nur ein Ersteindruck. Ihr wisst es, bei uns Reviews, die brauchen ein bisschen Zeit. Wir wollen die Pfeife wirklich oft rauchen und euch dann auch eine wirklich gescheite Meinung dazu sagen können, wo wir dann auch wirklich fundiert drüber reden können und wie die Pfeife beide lange geraucht haben. Kommen wir aber mal zum wichtigsten Punkt bei der Pfeife und das ist natürlich das Rauchverhalten. Bei der Launch müsst ihr bedenken, ihr könnt wieder das Tauchrohr und noch die Rauchsäule verkürzen. Das heißt, ihr habt immer diesen Weg. Das Einzige, was man noch dran packen könnte, ist ein Diffusor. Den habe ich jetzt aber noch nicht. Wie der Bollon vorhin schon gesagt hat, sie klingt relativ voll und dumpf, was ich zum Beispiel extrem schön finde. Also ich mag zum Beispiel auch dieses volle Blubbern von der Alpha. Und wenn ich dann ohne Diffusor rauche, dann darf eine Pfeife auch wirklich schön blubbern. Und das gefällt mir bei der Aeon eben extrem gut. Ich finde den Anzug super leicht. Der Durchzug ist brachial. Ihr habt natürlich bei der Launch Edition jetzt nichts in dem einen Schlauchanschluss. Bei den anderen hättet ihr natürlich noch Kugelfeder und die anderen Teile, die eben für das APS gebraucht werden. Er ist aber trotzdem sehr, sehr gut, auch bei den anderen. Aber ich finde ihn bei der Launch sogar noch ein Ticken geiler. Was ich bei der Launch auch feiere, ist, dass das nicht zweigeteilt ist. Also die Rauchsäule ist nur ein Stück. Das heißt, ihr könnt die auch da dran rumtragen zu Not. Es ist nicht so weit verschraubt, aber es ginge. Man könnte es machen. Oben habt ihr natürlich trotzdem den 18,8er Schliff am Kopf. Rauchverhalten abschließend von mir auf jeden Fall auch mega gut. Ihr habt einen super Durchzug, einen leichten Anzug. Sie blubbert sehr, sehr schön und lässt sich einfach extrem angenehm rauchen. Und dann wäre da halt natürlich noch dieses wunderschöne Ausblassystem, was einfach nur geil aussieht und deswegen auch noch Spaß beim Rauchen macht. Ja, kurz noch was zum Rauchverhalten auch von mir. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich war begeistert von Aeon schon seitdem ich, glaube ich, die erste Aeon Edition 1 mal geraucht habe. War halt auch schon damals ziemlich geil. Mittlerweile finde ich das auch, dass der Durchzug ist einfach immerhin noch, also immerhin weiter. Immer noch ein Ticken geiler geworden. Immer noch, ja genau. Also immer noch so ein Ticken geiler geworden. Aber trotzdem ist es nicht so, wie jetzt zum Beispiel bei einer Ocean, wo ihr einfach denkt, als würdet ihr einfach nicht wirklich einen Widerstand haben. Also ihr habt auf jeden Fall keinen Widerstand dabei, der jetzt aber nicht zu extrem ist, aber auch nicht zu leicht. Das gefällt mir ziemlich gut. Gerade für mich ist es immer wichtig, ich will nicht dieses übertriebene Durchzugsgehabe haben, wo ich mir denke so, ja, was rauche ich denn gerade eigentlich? Also du hast auf jeden Fall ein gutes, ein gutes Durchzugsgefühl beim Rauchen. Das gefällt mir ziemlich gut. Von daher auf jeden Fall eine wunderschöne Pfeife und auch der Klang, der begeistert mich. Ja. Also abschließend kann man auf jeden Fall sagen, nach der einen Woche habe ich für mich schon mal festgestellt, dass ich die Pfeife extrem gerne rauche. Ja. Und auch immer häufiger rauche, was schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Bei manchen Pfeifen hat man vielleicht am Anfang ein bisschen und nach einer Woche benutzt man sie dann schon ein wenig weniger und greift dann wieder zu anderen Pfeifen. Bei der Edition 4 ist es bei mir komplett anders. Ich will sie wirklich die ganze Zeit rauchen. Es ist für mich vom Ersteindruck eine unglaublich gelungene Pfeife, was Rauchverhalten und Optik angeht. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie da unser Review zu ausfallen wird. Bei der Ersteindruck fällt von meiner Seite her auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Ja. Genau das Gleiche ist es auch bei mir. Also auf jeden Fall eine wunderschöne Pfeife mit einem schönen Klangbild und auch einem sehr guten Durchzug, der aber nicht zu krass ist. Von daher eine wunderschöne Pfeife für gar nicht so viel Geld, weil 260 Euro kann man auf jeden Fall schon machen für eine Pfeife, die einfach so gut verarbeitet ist. Ja. Sehe ich ganz genauso. Also unser Ersteindruck von der Edition 4, gerade jetzt hier in der Launch Edition, sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie dann das Review wird. Wenn ihr das Review nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke unten und lasst noch einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Livestream oder im nächsten Video oder natürlich auch auf Instagram. Link ist unten in der Beschreibung wieder. Bis dahin macht es gut, eure Shisha WG. Ciao.